Es ist bestätigt, wir wissen es nun, schwarz und blau auf weiß. Mit Modern Horizons 3 kommen die alliierten Fettschlender und noch eine ganze Menge mehr diesen Sommer zu uns auf die Spieltische. Ja, Wizards hat es announced und jetzt können wir es auch nachlesen. Es gibt Modern Horizons 3, das war schon klar. Und unter anderem finden wir dort alliierte Fettschlender, Eldrasis, alte Karten, neue Karten, Pre-Releases, Play-Displays, Collector-Displays, Commander-Decks, Collector-Commander-Decks etc. pp. Und das schauen wir uns jetzt alles an. Boom, Arjani ist am Start und wie, das seht ihr gleich. Als allererstes erzählt uns Wizards, Modern Horizons 3, tritt in die Fußstapfen von Modern Horizons 1 und Modern Horizons 2 und bringt alte Karten in das Modern-Format und aber auch neue Karten ins Modern-Format. Am Ende, also es gibt Readprints und neue Karten. Das heißt, ein nicht rotierendes Format wie Modern wird jetzt eventuell wieder eine Art Rotation erfahren, wie es zu Modern Horizons 2 der Fall war. Als eben mit Usas Saga, Ragavan und den ganzen Elementen so starke Karten kamen, dass es in Modern fast eine Rotation gab. Aber auf jeden Fall kommt, ja, Diesel-Cycle von 5 Ländern kommt wieder. Das letzte Mal als Boxtopper in Zendika Rising, ja, 2020 glaube ich. Und davor eben 2016 oder so in irgendeinem Modern Masters. Und dann, davor war es irgendwann mal ein Onslaught, der Fall. Und in Cards of Tarkia. Genau, in Cards of Tarkia waren sie auch. Eigentlich waren das hier die günstigen Fetchländer immer. Die alliierten Fetchländer waren immer günstiger als die Enemy-Color-Fetchländer. Und alliierte eben, weil wenn ihr eine Magic-Karte umdreht, auf der Rückseite seht ihr, Weiß ist neben Blau, Blau ist neben Schwarz, Schwarz ist neben Rot, Rot ist neben Grün, Grün ist neben Weiß. Darum alliiert. Und Enemies sind eben die, die gegenüberliegen. Wir haben Platz 10, Maya, Flooded Strand, Polluted Delta, Winds for Peace und Wooded Foothills. Und diese fünf sind auch ungefähr schon in der Reihenfolge angeordnet, wie sie am Ende preislich liegen werden. Diese drei sind die Begehrten. Diese beiden hier sind auch dabei. Und das ist wirklich krass, dass die jetzt kommen. Es war höchst dringend nötig. Die wurden stark erwartet und die Preise werden sich dann wahrscheinlich so verhalten, wie bei Modern Horizons 2 und den Enemy-Color-Fetchländern. Da werden wir, denke ich, mal ein eigenes Video zu machen. Ich habe schon ein Video zur Geschichte der Schock-Duels gemacht. Das verlinke ich euch gerne hier. Und dann schauen wir uns mal die Geschichte der Fetchländer an. So, weiter geht's. Aber es sind eben nicht nur diese Karten, sondern es gibt auch neue Karten. Das hatten wir in Modern Horizons 2, unter anderem mit den Ursas-Saga, Ragavan und den Inkarnationen, den Elementen. Und hier sehen wir drei neue Karten. Scary of Gremlins, eine Uncoming, Boros-Farben. Psychic Frog, Dimir-Farbene Kreatur 1, 2. Der eine ganze Menge macht. Der erinnert mich irgendwie so aus einer Mischung aus einem Art-Hog, Psychiatog oder so, Psychotog und Morphling. Keine Ahnung. Also irgendwie auf jeden Fall eine versatile Kreatur. Und Flare of Cultivation, eine Sorcery-D-Rampt, die man theoretisch, ohne Mana zu bezahlen, auch Turn 1 spielen kann. Wenn du eine 0-Mana-Kreatur oder 1-Mana-Kreatur hast und direkt opfern kannst. Krass. Es gibt also wieder kostenlose Spells, so wie die Elemente. Wenn sie das Format so brechen wie die Elemente, das wird sich noch zeigen. Aber es gibt eben auch Eldrasis und doppelseitige Planeswalker. Zum Beispiel haben wir hier Arjani-Nakatl-Piraya. Auf der Rückseite ist es ein Planeswalker, Arjani-Nakatl-Avenger. Ja, soll Leute abholen, die Fans von ikonischen Planeswalkern und Magic Origins sind. Ja, ich bin weder Fan von Planeswalkern noch von Karten, die man umdreht. Aber ja, Wizard sagt uns eben, dass auch in den Playboostern, die ja auch für eine Draft-Environment entwickelt wurden, immer mindestens eine alte Karte enthalten ist. Wie zum Beispiel Priest of Titania oder Laelia the Blade Reforged. Diese Karten sind dann auch im Draft erlaubt und ab dem Moment eben auch im Modern-Format. Spannend wird es jetzt eben bei den Booster-Fun. Das sind die Sachen, die das Set so ein bisschen Würze verleihen werden. Weil es wird auch, machen wir uns nichts vor, teuer werden. Modern Horizons 2, da kosteten die Collector-Displays bei Release 300 Euro. Und wir hatten in den letzten Jahren schon teurere Produkte. Lord of the Rings war teurer. Commander Masters, vier Booster nur für 220 Euro. Also mal schauen, wie die Bepreisung hier aussieht. Ich gehe davon aus, es wird das neue, teuerste Produkt aller Zeiten. Aber wir haben, ja, Full Art Basics. Juhu, die rechtfertigen doch jeden Preis. Full Art Eldrasi-Länder. Plains, Islands, Swamp, Mountain und Forest. Und ihr seht jeweils Eldrasis drauf. Dann haben wir noch viel mehr Eldrasis. Und zwar Emrakul The World Anew, die wir oben auch schon gesehen haben. Madness Eldrasi. Kann man also abwerfen und trotzdem casten. In einem Borderless Concept Artwork. Im Foil-Edged Artwork. Serialisiert in Borderless Concept Artwork. Und das wird es nur geben für Emrakul und zwei andere legendäre Eldrasis. Vermutlich Ulamok und der dritte. Ulamok, Emrakul? Boah, ist das peinlich. Naja, und der dritte. Ihr wisst es. Ihr wisst, wie er heißt. Und ja, von 250, es ist nicht mehr das Verkaufsargument, was es mal war. Aber der nächste Feature ist ein noch viel kleineres Verkaufsargument. Denn es gibt auch wieder Textured Foils. Und wenn ihr das genau anschaut, erkennt man hier sogar diese Texturen auf diesem Adjani. Und man glaubt es oder nicht, bei MH2, nein, bei Double Masters 2022, war das das Verkaufsargument schlechthin. Es kam nämlich, nachdem wir in Kamigawa Neon Dynasty die Neon-Ink-Karten hatten, dann hatten wir in Streets of New Carpena Gold Foiling oder Gilded Foiling und dann kam hier in Double Masters 2022 Textured Foil. Und das war besonders, die Karten waren teuer. Mittlerweile fühlt es sich so nicht mehr an. Ganz ehrlich, ich gehe nochmal kurz hoch mit euch. Wir haben Full Arts, wir haben Concept Borderless, wir haben Edged Foils, wir haben Serialized, wir haben Textured Foil, wir haben Frame Break. Das war, die tollste Karte da war, der Jules Lotus in Frame Break. Frame Break Textured Foil. Und wir kriegen auch die Borderless Profile Karten, die niemand mochte aus Commander Masters aus dem letzten Sommer. Also eigentlich ist das jetzt eine bunte Tüte alles. Nur nicht die bunte Tüte für einen Euro, die ihr aus dem Schwimmbad kennt, sondern die bunte Tüte für 350 Euro, wo eben alles drin ist. Und natürlich, was Krasse ist, gebe ich zu, aber langsam auch nichts Neues mehr. Retro Frame, Treatment, Priest of Tartania, Psychic Frog. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir schon jemals eine farblose Old Border Karte hatten. MYQ, The World in New, so sieht das dann aus. Das ist nicht Artefakt, sondern das ist Borderless. Äh, Quatsch, Borderless. Das ist farblos. Also Colorless, sozusagen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir das sehen. Das auch in, ähm, Modern Horizons 3. Dann, äh, finden wir die Fetch Linder auch in drei Varianten, beziehungsweise in vier. Ganz normal. Extended Art, Borderless und eben Retro Frame. Retro Frame Foil wird hier wahrscheinlich wieder das sein, was auch langfristigen Premium Preis behält. Wobei die Extended Arts und die, äh, Borderless eher so bepreist sind wie normale mit minimalem Ausschlag. Würde ich jetzt vermuten. Ein paar Monate vorher. Wann kommt der Spaß zu uns? Hier sieht man's, ähm, Kartenpreview fangen am 21. Mai an und sind am 31. Mai durch. Der globale Launch ist am 14. Juni, aber ihr könnt's am, äh, 7. Juni bereits in eurem LGS spielen, als Pre-Release. Und die MagicCon in Amsterdam vom 28. bis 30. Juni steht eben auch im Bilde von Modern Horizons 3. So, diese Produkte gibt's, Playbooster Display mit Adjani drauf, Collector Booster Display mit Adjani, nein, das ist nicht Adjani, das ist ein Ritter, der auf einem Löwen reitet. Es gibt, ähm, es gibt Pre-Release Packs, es gibt ein Bundle mit neun Playboostern, es gibt auch ein Gift Bundle mit neun Playboostern und mehr ist noch nicht zu, ähm, erkennen. Vermutlich auch wieder mit einem Collector Booster. Und das ist jetzt noch spannend, es gibt vier verschiedene Commander Decks, Graveyard Overdrive, schwarz, rot, grün und daneben noch Graveyard Overdrive Collector's Edition. Collector's Edition Commander Deck includes, irgendwie mehr Foils wahrscheinlich, das hier includes Collector Booster Sample Pack plus zwei Legendary Traditional Foils, includes, man kann es kaum lesen. Ja, aber das, zu jedem Commander Deck gibt's noch eine Collector's Edition, die wahrscheinlich das Doppelte kosten wird, um den Dreh. Ähm, Tricky Terrain in rot, äh, in grün und blau. Modern Creative Energy, blau, rot und weiß. Und noch ein Eldrasi 6 Color, fünffarbig plus, äh, farblos Eldrasi Incursion nach Commander Masters, das zweite Eldrasi Commander Deck in zwei Jahren. Das ist der erste Blick auf Modern Horizons 3. Und eine Sache möchte ich euch nicht vorenthalten. Hier auf der Seite ist auch die Kartengalerie verlinkt, die ja dann die Previews zeigt vom 21. bis 31. Mai. Und die sieht so aus. Und ihr seht richtig, sie beinhaltet schon eine weitere Karte, die wir so noch nicht gesehen haben. Solitude, das ist eine der fünf Elemental Incarnations aus Modern Horizons 2. Solitude, Reprint ist bestätigt. Vermutlich dann auch die anderen. Fury, Grief, Solitude hatten wir schon. Ähm, ja und den Grünen und, äh, Templar, Schwab, Weih auch. Es gibt zu viele Karten im Moment, muss man ganz ehrlich sagen. Und eins haben wir noch, das wollte ich euch auch noch zeigen und nicht vorenthalten. Das sind Snow Colored, Snow Covered Wasters. Wo sind sie? Snow Covered Wasters. Normalo, Retroframe und Borderless. Und hier seht ihr auch schon die ganze Menge Artworks von den, äh, fünf Fettschländern. Standard, Extended Art, Retroframe und Borderless. Und das für alle, falls es euch interessiert, wie das aussehen wird. Hier ist auch ganz cool, man sieht immer, es ist in Playboostern, Collectorboostern, Pre-Release-Packs, Bundlen und im Gift-Bundle enthalten. Und die Extended Art nur in Collectorboostern, Gift-Bundle. Aber da sprechen wir natürlich auch in der Zukunft drüber. Ja, die Zukunft wird teuer für Magic-Spieler, Sammler, Liebhaber und Investoren.